Opel Astra. Autor de Selçamkenzi. Video. Dem Autor Selçamkenzi wurde der neue Opel Astra zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Ob Rehbach, Waldfrete oder Ehen. Tenpful, die idyllisch klingenden Ortsnamen lassen kaum darauf schließen, dass sich hier ein Paradies für Autotester befindet. Mitten im Hunsrück, innerhalb dieses Dörfer Dreiecks, liegt ein ehemaliger Militärflughafen, auf dem sonst streng gebedingter Trennstrich heime Prototypen von Opel ihre Runden drehen. Heute dürfen ausnahmsweise wir auf das Gelände, und können ganz exbedingter Trennstrich klusiv erste Testfahrten mit dem neuen Opel Astra durchführen. Auf der drei Kilometer langen landebedingter Trennstrichbahn und dem Größenhandling Parcours herrschen ideale Bedingungen, etwa um die Fähigkeiten des Fahrwerks als Zulo-bedingter Trennstrich-Tähen. Auf das die Techniker besonders stolz sind, mit unserer neu entwickelten hinbedingter Trennstrich-Täher-Achse wollen wir den Maßstab in der Kompaktklasse setzen, erklärt Opel. Eindruck, zwar rollt der Astra nicht ganz so sanft ab wie ein VW Golf, doch seine Fahrdynamik beeindruckt. Besonders mit dem aufpreispflichtigen, flexriedefahrbedingter Trennstrich-Werk ist der Astra kaum aus der Ruhe zu bringen, wird selbst bei abrupten ausbedingter Trennstrich-Weichmanövern nicht zickig und zeigt in der Kurve keine tückischen Lastwechselbedingter Trennstrich-Reaktionen. Das 930 Euro teure Fahrwerk ihr Bedingter Trennstrich kennt, wie ambitioniert der Fahrer unter Bedingter Trennstrich-Wegs ist und stellt sich darauf ein, indem es die Stoßdimpfer und die Elektronie-Bedingter Trennstrich-Scheen-Assistenzsysteme schärft. Auch per Knopfdruck lässt sich, Flexriede, den eigenen Vorlieben von sportlich bis kurmbedingter Trennstrich-Vortapel anpassen. Dass sogar kurz vor dem Marktstart im November noch an der Abstimmung gebedingter Trennstrich feilt wird, zeigt, wie wichtig der Astra dem gebeutelten Autohersteller ist, wir sind gerade noch an der Feinabstimmung der Lenkung, verrät uns der Fahrwerk sind Bedingter Trennstrich-Wegler Michael Harder, doch das betrifft nur noch Nuancen. Bereits die Version, die wir fahren konnten, ist im Vergleich zum Vorgänger ein spürbarer Fortschritt. Wo der alte Astra noch ein teils schwammbedingter Trennstrich-Meges-Gefühl hinterlassen hat, lenkt der Neue viel präziser ein, und es kommt mehr Rückmeldung von der Straße. Ein komplett neu entwickeltes Auto muss allerdings mehr bieten als ein zweibedingter Trennstrich-Fellos gutes Fahrwerk. Denn für Auto-Koi-bedingter Trennstrich-Fellos zählen oft ganz andere Argumente, dass modernere und wesentlichstemi-bedingter Trennstrich-Gere aussehen etwa, das von großen Rädern, bis 19 Zoll, und einer gestreckten Silhouette bestimmt wird. Oder der merkbedingter Trennstrich-Liche-Raumgewinn, der auf das Konto der gewachsenen Karosserie geht, üppige 4,42 Meter misst der Astra in der Länge, plus 17 Zentimeter. Vor allem hinten bietet er jetzt mehr Platz als der recht eng geschnittene Vorgänger. Bei der Anzahl der Ablagen wurde ebenfalls aus den Fehlern des karg bestückten alten Modells gelernt, schlussbedingter Trennstrich-Seel, Handy und Straßenkarten finden jetzt locker Platz, und in die Türtaschen passen sogar 1,5 Liter Flaschen. Im Innenraum fällt die stilistische inbedingter Trennstrichlichkeit zum Insignier auf. Dessen moderner Schwung tut gut, die Bedienbarkeit ist so bedingter Trennstrich gar besser gelöst als beim großen Bruder, auf den zusätzlichen und etwas verwirrbedingter Trennstrich-Renden-Drehdrückregler unterhalb des Schalthebels wurde verzichtet. Allerdings bedarf die hohe Anzahl an Knöpfen der Gewöhnung. Und beim Rückwärtsfahren erschwert die breite C-Säule die Sicht. Vom blassen Image des Vorgängers will der neue Astra wegkommen. Die Gehobe-bedingter Trennstrich-Nähen-Ausstattungen Sport- und Cosmotra-bedingter Trennstrich gehen dunkel getönte Heckleuchten und eine schicke Chromumrandung an den Seitenbedingter Trennstrich-Fenstern. Und wer will, kann den Opel mit Extras bestücken, die es in dieser fahrbedingter Trennstrich-Zeugklasse bis dato noch nicht gegeben hat. Das adaptive Fahrlicht AFL Plus, 1250 Euro, wirft je nach Fahrsituation verschiedene Lichtgegel auf die Straße, eine Frontkame-bedingter Trennstrich-Rah, 525 Euro, erkennt Tempolimits, und ein inbedingter Trennstrich-Tegriater-Fahrradträger, 590 Euro, verschwiehen bedingter Trennstrich-Dätplatz sparend in einer Schublade unter dem Kofferraum. Spartanischer ausgestarrt bedingter Trennstrich-Tät ist das Basismodell. Der 1.4 Selection wird zwar zum Kampfpreis von 15.900 angeboten und liegt damit 1.000 unter dem Golf, zur Edition-Version, ab 17.400 Euro, fehlen ihm aber wichtige Details wie eine Klimaanlage oder ein CD-Radio. Wer sich bei den neuen Motorisierungen bescheiden gibt, dem verspricht Opel mit drei Ecoflex-Modellen niedrige Fährbedingter Trennstrich-Brauchswerte. Die Benziner mit 87 und 100 PS sollen im Schnitt nur 5,5 Liter SU-bedingter Trennstrich-Per benötigen. Der 1.3 GT Diesel, 95 PS, sogar nur 4,2, was einem 002 Ausstoß von 129 bzw. 109 Gramm pro Kilometer entspricht. Das schafft der von uns gefahrene 1.6 Turbo nicht ganz, wer dem Reiz der 180 PSR-bedingter Trennstrich liegt, dürfte nur schwer an die Versproche bedingter Trennstrich-Nähen 6,8 Liter herankommen. Nach einer kleinen Turbo-Verschnaufpause drängt der Vierzylinder stürmisch nach vorn, bleibt dabei aber stets leise, eine Tugend, die allen Astra-Modellen anerzogen wurde. Fazit, mit dem Modellwechsel macht der Opel Astra einen großen Sprung nach vorn und erlaubt sich kaum Schwächen. Da muss sich der erfolgsverwöhnte VW AI Golf künftig warm anziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.